Kaspar David Friedrich – Der einsame Baum Eine Morgenlandschaft und ein Schäfer, der kaum erkennbar an einem imposanten Baum lehnt. Der Blick in die weite Landschaft wird durch eine groß gewachsene und bilddominierende Eiche im Mittelpunkt gestoppt. Am Fuße des Baumes befindet sich ein kleiner See, womöglich der Grund für die Rast des Hirten. Den direkten Vergleich von Mensch und Natur verliert hier der Mensch. Zwergenhaft und völlig unbedeutend wirkt seine Existenz im Vergleich zu der kräftigen Eiche. Sonstiges menschliches Leben ist im Hintergrund erahnbar, da Dächer und Silhouetten von Häusern zu sehen sind. Deren Existenz scheint im Vergleich zu der Natur jedoch nur temporär zu sein. Die Eiche galt dank ihres soliden Holzes schon seit dem Altertum als unverwüstlich. Sie steht als Symbol für Stärke und Lebenskraft. Diese idyllische Weidenlandschaft wurde von Friedrich als Pendant zu einem weiteren Gemälde geschaffen, welches einen Mondaufgang am Meer zeigt. Gemeinsam sind beide Bilder als Tageszeitenzyklus zu verstehen. Doch auch die einsame Eiche sieht. Untertitelung des ZDF, 2020